Was bedeutet Ihnen Ihr Beruf? Selbstverwirklichung, die Möglichkeit, gemeinsam etwas gestalten zu können, Menschen zu treffen. Arbeit kann vieles sein, aber vor allem gilt, Ihre Arbeit sichert Ihr Einkommen und liefert die finanzielle Grundlage für Ihr Leben und das Ihrer Liebsten. Monatliche Fixkosten für Wohnen und Auto, notwendige Anschaffungen, Urlaubsreisen. Stellen Sie sich vor, Ihr gewohntes Einkommen fällt aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls plötzlich weg. Schön, wenn Sie einen Partner an Ihrer Seite haben, der die finanziellen Sorgen abfedert. Sie meinen, solch ein Schicksalsschlag kann Sie nicht treffen? Jeder Vierte wird im Laufe seines Arbeitslebens längere Zeit berufsunfähig, unabhängig von Tätigkeit und Branche. Die häufigsten Ursachen sind psychische Erkrankungen sowie Krankheiten des Bewegungsapparates, etwa ein Bandscheibenvorfall. Unfall- und Krankenversicherung unterstützen im Fall der Fälle. Einen Einkommensausfall decken Sie jedoch nicht automatisch ab. Die staatlichen Leistungen bieten bei Berufsunfähigkeit zwar eine Basisabsicherung, sie reichen aber meist nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuhalten. Eine private Versicherung kann bei Einkommensausfällen einspringen. Gemeinsam mit Ihrem Berater legen Sie fest, welchen Rentenbetrag Sie benötigen würden, damit Sie und Ihre Liebsten abgesichert sind. Diese vereinbarte Rentenhöhe wird im Leistungsfall von der Allianz monatlich ausbezahlt, solange Sie diese benötigen. Je jünger Sie sind, desto günstiger ist Ihr Beitrag. Es zahlt sich also aus, bereits früh damit zu starten. Allianz. Mach's einfach.